Was ist mit ihr? Kapitel 39 Hermine setzte sich, noch immer müde, an den Gryffindor-Tisch. Mit dem Messer bestrich sie einen Toast mit Butter. Sie gähnte noch einmal herzhaft, bevor sie in den Toast biss, ohne jegliches Gefühl des Hungers zu verspüren. Sie wusste ganz genau, warum sie so müde war, und dieses Mal lag es nicht an Albträumen oder ihrer Narbe. Es lag an Draco. Sie hatte gestern noch lange darüber nachgedacht, warum er sich auf einmal so anders verhalten hatte. Warum hatte er sie gestern Abend einfach so stehen lassen? Er hat beinahe ignoriert. Hermine fand einfach keine Antwort auf diese Frage, und das, obwohl sie Hermine Granger war. Hey, ist alles gut? fragte Ginny und stupste sie an der Schulter an, während sie herzhaft in ein Marmeladenbrötchen biss. Ja, alles gut, antwortete Hermine und setzte ein falsches Lächeln auf. Sie hatten sich erst gestern über Draco unterhalten, und Ginny meinte, er war mal wieder wütend auf McLagan gewesen und hatte seine Wut nicht an ihnen auslassen wollen. Aber das passte nicht zu ihm. Ganz und gar nicht. Hermine wusste nicht, warum sie sich dabei so sicher war, aber sie hatte das Gefühl, ihn in den vergangenen Tagen besser kennengelernt zu haben. Guten Morgen, begrüßte Neville die beiden Mädchen mit einem breiten Grinsen. Guten Morgen, antworteten Ginny und Hermine gleichzeitig. Gut geschlafen? fragte Neville und setzte sich ihnen gegenüber. Dann nahm er sich eine Schüssel Müsli und einen Becher Kürbissaft. Ja, und wie? Ginny grinste breit. Hermine nickte nur. Und du? Neville schluckte seinen Löffel Müsli herunter. Auch? Habt ihr Luna heute schon gesehen? Nein, wieso? Ginny sah ihn fragend an, bis sie plötzlich wissend grinste und mit ihren Augenbrauen wackelte. Ach so! Neville verdrehte die Augen. An was du wieder denkst? Doch auch er konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Hermine hätte normalerweise gelacht, aber sie fühlte sich zu betrübt dafür, also brachte sie nur ein zaghaftes Lächeln zustande. Sie biss noch einmal von ihrem Toast ab und zwang sich dazu, ihn herunterzuschlucken. Hermine ließ ihren Blick durch die große Halle schweifen. Die Lehrer waren alle schon da und unterhielten sich leise, während die Schüler entweder lebhaft quatschten oder müde ihren Kopf auf die Tischplatte sinken ließen. Als sie am Slytherin-Tisch ankam, stockte sie mitten in der Bewegung. Sie war sich sicher, in sturmgraue Augen geblickt zu haben, doch als sie Draco länger ansah, bemerkte sie, dass das ein Irrtum gewesen sein musste. Er schaute sie nicht mal an, auch wenn sie ihn bestimmt ganze drei Minuten anstarrte. Ihr Herz zog sich wieder schmerzhaft zusammen und sie spürte das Brennen in ihren Augen. Wie gestern. Was war nur los mit ihm? Als sie Fragen zu Blaze schaute, zuckte der nur hilflos mit den Schultern und zog eine traurige Grimasse. Er verstand es also auch nicht, und wenn Draco schon nicht mit Blaze darüber sprach, wie schlimm war es dann? Vielleicht ging es ihm nicht gut, oder seiner Mutter. Oder vielleicht will er auch einfach nichts mehr mit ihr zu tun haben, sagte eine Stimme in ihr. Hermine knifft die Augen zusammen, um den Schmerz, der sich daraufhin in ihr ausbreitete, zu vertreiben. So durfte es einfach nicht sein. Bitte, Merlin, mach, dass es nicht so ist. Hermine wartete vor dem Klassenzimmer für Zaubertränke. Sie war direkt nach dem Frühstück hierher geeilt, weil Professor Slughorn mit ihr reden wollte. Der Unterricht würde erst in einer Viertelstunde beginnen. Guten Morgen, Miss Granger. Hermine wandte sich erschrocken um. Sie hatte so tief in ihren Gedanken gesteckt, dass sie vergessen hatte, wo sie war, und vor allem, warum sie hier war. Guten Morgen, Professor, antwortete sie, wobei ihr höfliches Lächeln noch wackelig wirkte. Slughorn betrat vor ihr den Raum und sie folgte ihm. An seinem Pult blieben sie stehen. Ich habe ihren Trank erst gestern fertiggestellt und wollte ihn ihnen gleich heute geben. Er hielt ihr eine Handvoll Violen hin. Sie öffnete ihre Perlenhandtasche und packte eine nach der anderen vorsichtig hinein. Vielen Dank, Professor. Ach, Miss Granger, das ist doch kein Problem. Es ist natürlich selbstverständlich, dass ich Ihnen diese kleine Aufgabe abnehme. Sie haben nun wahrlich genug Sorgen. Er zog seinen Mund zu einem Lächeln. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, Professor, und ich kann mich nur dafür bedanken. Sie können sich schon setzen, wenn Sie wollen. Wir werden heute wohl nur eine Theoriestunde machen. Wurde sie von Slughorn informiert. Ja, natürlich, Professor. Sie ging auf den Tisch zu, an dem sie mit Draco und Blaze saß. Hermine packte Feder, Pergament, Tinte und ihr Buch aus. Danach setzte sie sich an ihren Platz und schlug das Buch auf, nur um auf Seite 156 zu starren, ohne auch nur ein Wort zu lesen. Sie verschwand immer weiter in ihren Gedanken. Plötzlich widelte eine Hand vor ihrem Kopf herum. Ich kann dich fast denken hören, Hermine. Und ja, ich frage mich dasselbe. Blaze setzte sich neben sie und sah sie besorgt an. Ich denke doch gar nicht an... Psst, er kommt gleich. Unterbrach Blaze sie grinsend, und dafür war sie ihm unendlich dankbar, denn nur wenige Sekunden später setzte sich auch Draco an ihren Tisch. Hermine ließ ihren Blick über ihn gleiten. Er fühlte sich eindeutig unwohl. Sofort verspürte sie wieder diesen Stich in ihrer Brust. Hey, sagte sie dennoch und lächelte Draco zaghaft an. Hallo, gab er mit kühler Stimme zurück. Er sah sie nicht einmal an. Hermine schluckte. Was sollte das nur? Hatte sie vielleicht doch irgendetwas falsch gemacht? Nee, ganz sicher nicht, sagte Blaze zu ihr, als würde er ihre Gedanken lesen. Sein Problem, fügte er mit einem bösen Blick auf Draco hinzu. Dieser funkelte ihn ebenfalls wütend an. Es sah so aus, als würden sie sich ein Blickduell liefern, doch wer gewann, erkannte sie nicht. Blaze schnaubte. Warum bist du schon hier? Fragte Blaze. Was heißt hier schon? Antwortete Hermine grinsend mit einer Gegenfrage. Ja, ja, okay. Blaze hob die Hände zu einer friedlichen Geste, aber erwiderte ihr Grinsen. Aus dem Augenwinkel erkannte sie, wie Draco sich verkrampfte und die Hände zu Fäusten ballte. Ich musste nochmal zu Slughorn, gab Hermine dann doch eine Antwort auf seine Frage. Blaze Grinsen wurde wackeliger, bis es schließlich vollständig verschwand. Draco starrte Blaze erneut an und sie lieferten sich wieder ein Blickduell. Wobei es sah mehr so aus, als würden sie eine Art Gedankendiskussion führen. Hermine verstand nichts mehr und so ging es ihr nicht oft. Irgendwann wurden sie alle von Slughorn begrüßt und der Unterricht begann. Blaze murmelte ihrem Unterricht noch ein paar Worte zu und sie tauschten gegenseitig Blicke aus, doch Draco ignorierte sie weiterhin. Für ihn war sie nur Luft. Fast wie bei ihren Eltern. Eine weitere Person, von der sie im Stich gelassen wurde, die sie vergaß. Wer zur Hölle war schon Hermine Granger? Ginny, aufwachen! Hermine schüttelte ihre Freundin leicht an der Schulter. Hermine, lass mich doch schlafen! Murmelte diese und drehte sich auf die andere Seite, um genüsslich weiterzudösen. Hermine rollte mit den Augen. Das geht doch nicht! Wir müssen zur Astronomie! Hermine! Echt! Jede Woche dasselbe mit dir! Sie lief zurück zu ihrem Bett und steckte ihren Zauberstab in ihren Rockbund. Danach hängte sie sich ihre Perlenhandtasche um. Ginny schreckte plötzlich auf. Mensch, Mine! Wir müssen doch zur Astronomie! Na los! Das ist doch nicht dein Ernst! Wie kommst du denn jetzt darauf? Sagte Hermine ungläubig. Ginny sah sie böse an und stand auf, zog sich ihren Umhang über und hing sich ihre Tasche über die Schulter. Hast du etwa in Sachen geschlafen? fragte Hermine, als sie Ginny's zerknitterte Bluse sah. Naja, ich wollte es mal ausprobieren. Und so kann ich auch länger schlafen, also... Ginny grinste verschlafen. Hermine lachte. Das war tatsächlich wirklich schlau. Doch sie hatte sowieso nicht geschlafen. Wie sollte sie auch. Immer wieder hatte sie an Draco denken müssen und an sein komisches, distanziertes Verhalten. Komm, wir gehen, sagte Hermine. Sie brauchte unbedingt irgendeine Beschäftigung, denn sie durfte nicht schon wieder an ihn denken. Die beiden Mädchen stiegen die Treppen hinunter, durchquerten den Gemeinschaftsraum und liefen schließlich zum Astronomie-Turm. Oben angelangt kamen Hermine sofort die Erinnerungen an diesen einen Abend mit Draco vor nicht allzu langer Zeit in den Sinn. Doch es fühlte sich an, als wäre seitdem schon eine Ewigkeit vergangen. So viel hatte sich verändert, vor allem zwischen ihr und Draco. War es wirklich erst zwei Wochen her? Hermine sah sich um. Überall entdeckte sie Schüler des siebten Jahres, und die meisten davon sahen eher so aus, als würden sie schlafwandeln. Auf der anderen Seite des Turmes entdeckte sie Draco und Blaze. Sie lief lächelnd auf die beiden zu, während Ginny hinter ihr laut gähnte. Jetzt mach doch nicht so schnell, beschwerte sich Ginny. Guten Abend, Ladies, meinte Blaze mit einem charmanten Lächeln auf den Lippen. Doch als er blinzelte, blieben seine Augen eine Sekunde zu lang geschlossen, um weiterhin den Schein zu wahren, er wäre munter. Wohl eher gute Nacht, meinte Ginny mürrisch, und Hermine musste grinsen. Sie war schon dabei, den beiden auch einen guten Abend zu wünschen, als ihr Blick auf Draco fiel. Er sah sie nicht an. Genauer gesagt, sah er niemanden an. Er wirkte total angespannt, und noch dazu ignorierte er sie. Wieder einmal. Sie verspürte den bekannten Stich in ihrem Herzen. Hermine atmete tief durch, doch es half nichts. Der Schmerz blieb. Sie wandte sich wieder an Blaze, der sie mitfühlend ansah. Dann zuckte er unmerklich mit den Schultern. Professor Sinistra räusperte sich laut und lenkte somit die Aufmerksamkeit auf sich. Die heutige Aufgabe bestand darin, wieder einmal eine Karte von den Sternen zu zeichnen. Aber weil es dieses Mal eine detaillierte sein musste, durfte man sie in Partnerarbeit gestalten. Blaze? Wir sind doch ein Team, oder? Fragte Ginny und gähnte nochmal. Danach zwinkerte sie ihr zu. Hermine verdrehte nur die Augen. Ja, klar. Wir wollen die beiden ja nicht. Blaze starrte Hermine an. Sie hatte sich zu Draco gedreht, um ihn zu fragen, doch er war schon längst nicht mehr da. Sie konnte erkennen, wie er auf die andere Seite des Turmes lief und sich mit einem anderen Mädchen unterhielt. Mit einem blonden Mädchen. Sie erinnerte sich daran, dass sie Tiffany Hilliard hieß. Er sagte etwas zu ihr und sie fing an zu kichern. Hermines Herz verkrampfte sich. Tränen brannten in ihren Augen und sie zwang sich dazu, sie schnell wegzublinzeln. Ginny wirkte auf einmal putzmunter. Was soll denn der Scheiß jetzt? Sie sah Blaze fragend und gleichzeitig wütend an. Er ist ein Idiot. Ein verflucht dummer Idiot. Blaze schüttelte verzweifelt den Kopf und er deuchte Draco praktisch mit seinem Blick. Hermine wischte sich einmal verstohlen über die Augen und zwang sich zu einem Lächeln. Ach, ist schon gut. Ist ja seine Sache, mit wem er das machen will. Sie ließ ihren Blick über die restlichen Schüler wandern. Ich mach das einfach allein. Gab sich schließlich zu, als sie erkannte, dass sich bereits alle zu Paaren gefunden hatten. Wir helfen dir, Mina! Sagte Ginny. Alles gut, ich schaff das schon. Blaze und Ginny sahen sie skeptisch an, doch sie drehte sich einfach weg. Das konnte sie jetzt nicht ertragen. Sie atmete noch einmal tief durch. Nicht jetzt, Hermine. Reiß dich zusammen. Du kannst dich nachher gerne in den Schlaf heulen, aber nicht jetzt. du kannst dich nicht hoch und horiz 지�sen. Dä đầu bist. Du kannst dich nicht nösten.